Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video erhalten Sie eine Übersicht über den extrem großen Funktionsumfang von Wabi Profi 3. Auch erfahren Sie, wie Wabi Profi 3 Sie unter Umständen bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen kann und Ihnen vielleicht das Leben etwas einfacher machen kann. Okay, was kann Wabi Profi 3? Wabi Profi 3 ist ein Warenwirtschaftssystem mit Kassenanbindungen und das sind die zwei Schlagwerte Kassenanbinden. Ja, die Kasse ist natürlich auch GDPDU-konform, denn es gibt Schnittstellen für die Prüfungssoftware von Finanzprüfern, in denen Sie die Daten extern bereitstellen können. Des Weiteren hat Wabi Profi 3 integrierte Prüfmechanismen, die feststellen können, ob außerhalb der Software Fremdmanipulationen an den Daten vorgenommen wurden. Das sind alles Dinge, die einfach unser Finanzamt oder unser Gesetzgeber fordert. Ja, das hat Wabi Profi 3. Doch nun kommen wir zur Übersicht. Sie können in Wabi Profi 3 sehr, sehr schnell etwas verkaufen, die Artikel eingeben, auf Bezahlen klicken, die Modalität wählen, egal ob es jetzt Rechnung bar EC, Liefersteuer, Angebot, Bestellung oder Webshop-Ausbuchung ist. Das können Sie so durchführen. Und schon haben Sie einen Verkauf getätigt. Sie haben die Möglichkeit, jederzeit auch Ihre Bonds einzusehen, die Sie für den aktuellen Tag oder in der Vergangenheit irgendwann durchgeführt haben. Tagesschanale in Form von Z-Bonds und X-Bonds stehen Ihnen natürlich auch zur Verfügung. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, Ihre Ausgaben, Löhne, Einzahlungen, Privateinlagen oder Privatentnahmen in Wabi Profi 3 zu verwalten. Denn Wabi Profi 3 verfügt über ein integriertes Kassenbuch. Wenn Sie dann am Monatsende Ihr Kassenbuch einfach schreiben oder abgeben müssen, dann brauchen Sie in Wabi Profi 3 nur mit einem Klick draufklicken. Dann werden Ihnen alle getätigten Umsätze gesplittet nach Mehrwertsteuersätzen aufgelistet und die von Ihnen eingegebenen Endnahmen aus der Kasse auch aufgelistet. So, damit Sie das ganze Kassenbuch innerhalb weniger Sekunden einfach drucken können. Und das ist schon wirklich toll und es spart wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Des Weiteren stehen Ihnen viele Statistiken zur Verfügung, in denen Sie sagen können, ja, was habe ich denn umgesetzt im Jahr, im Monat und, und, und. Sie haben auch natürlich die Möglichkeiten, Kunden auszuwerten oder dementsprechend Ihre Warengruppen auszuwerten oder Lieferanten gegen Überstellungen zu machen, damit Sie sagen, was habe ich denn von dem Lieferanten eingekauft, was habe ich denn von dem Lieferanten verkauft und so weiter und so fort. Die großen Stammdatenverwaltungen sind natürlich die Basis für jedes Warenwirtschaftssystem. Sie können Ihre Artikel sehr, sehr schön darin pflegen. Sie können sehr, sehr viele Zusatzinformationen eingeben, wie Staffelpreise, alternative Lieferanten. Sie können eher Endpools anlegen. Sie können Zusatzinformationen oder Bilder für den Artikel hinterlegen. Auch haben Sie natürlich die Möglichkeit, Ihre Lieferanten darin zu verwalten oder Ihre Warengruppen darin zu verwalten. Auch Zusatzoptionen wie Lagerplatzverwaltung oder Größe, Länge, Farbe, Saison und so weiter, also diese Textilgeschichten stehen Ihnen natürlich kostenlos zur Verfügung. Nachbestellungen können natürlich auch aus Wabi Profi 3 heraus generiert werden. Dabei stehen Ihnen freie Nachbestellungsmöglichkeiten oder Bestellvorschläge natürlich zur Verfügung. Das Drucken von Etiketten ist natürlich auch jederzeit möglich. Dabei können Sie entweder auf DIN A4 drucken und Sie können natürlich auch Ihre Etikettenformate auch frei definieren. Oder Sie können auf Ihren DUMO, auf Ihren Brother, auf Ihren Codex oder eventuell Zebradrucker natürlich Ihre Etiketten zum Ausdruck bringen. Sie haben eine Personalverwaltung integriert, die es Ihnen zusätzlich ermöglicht, auch eine Passwortverwaltung zu hinterlegen. Das heißt, eine Zugriffsverwaltung, Verzeihung. Dabei können Sie festlegen, wer darf was und wer darf was nicht. So, Termine stehen natürlich zur Verfügung. Hier können Sie Ihre Termine frei eintragen, Privateinlagen, Einzahlungen. Sie können Serviceaufträge durchführen. Jemand kommt mit dem Fernseher und sagt, richtet mir den Fernseher. Dann können Sie den Auftrag entgegennehmen und können zu dem Auftrag dann die benötigten Teile einbuchen, die Sie dann in der Kasse natürlich übernehmen können. Sie haben hier eine Eingangsrechnungen- und Ausgabenverwaltung mit integriert, die es Ihnen einfach ermöglicht, Ihre getätigten Zahlungen oder die Verbindlichkeiten, die Sie haben, einfach zu erfassen, damit Sie sehen, okay, ich habe am Lieferanten Meier eine Rechnung noch zu bezahlen, am Lieferanten Müller habe ich eine zu bezahlen und am Lieferanten Schmidt, ja, der ist schon bezahlt und so weiter. Egal, ob es jetzt Tankbelege sind oder Bürobedarfbelege, können Sie hierin alles erfassen. Das Erstellen von Wohnkopien ist natürlich jederzeit möglich. Das heißt, für getätigte Verkäufe können Sie hier nochmal einsehen und können dann nochmal eine Kopie des Originals ausdrucken, wenn der Kunde das zum Beispiel verloren hat, wie auch immer. Sie können Journalkopien erstellen. Sie haben auch ein Rechnungsmodul dabei. Das ist so etwas Ähnliches wie die Kasse, nur dieses Modul ist halt speziell auf Rechnungsstellung ausgelegt. Natürlich ist Wabi Profi3 auch netzwerkfähig. Sie können Ihre getätigten Rechnungen, Lieferscheine und Angebote in diesem Modul jederzeit verwalten. Sie können sagen, diese Rechnung ist bezahlt oder ich habe mich da vertan, diese Rechnung ist nicht bezahlt. Dann können Sie diese Rechnung gegebenenfalls stornieren, also im Buchungsdeutsch halt eine Gegenbuchung erstellen und so weiter und so fort. Das kann Wabi Profi3 alles. Auch können Sie natürlich getätigte Lieferscheine abrechnen in Form von Einzelabrechnungen oder von Sammelabrechnungen. Alles möglich. Und an dieser Stelle möchte ich auch das Video langsam beenden, denn es gibt ja so viel auch über die Menüleisten oben, so viel noch Funktionen, die hier noch gar nicht zur Sprache gekommen sind, aber ich denke mal, Sie haben jetzt einen Einblick, damit Sie sagen, okay, wow, was kann denn Wabi Profi3 alles? Und Sie haben jetzt schon gemerkt, dass es wirklich sehr, sehr viel ist und ich habe wirklich nur versucht, Themen ganz, ganz grob anzuschneiden. Und abschließend möchte ich noch sagen, Sie können Wabi Profi natürlich 3 so konfigurieren, wie Sie es gerne hätten. Sie können bestimmen, wie Wabi Profi3 aussehen soll, wie es sich verhalten soll, welche Meldungen oder welche Aktionen nach bestimmten Aktionen kommen sollen. Das können Sie alles frei definieren, so, damit Ihr Wabi Profi3 sich Ihren Bedürfnissen auch anpasst. Dann möchte ich mich an dieser Stelle bedanken. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr strapaziert. Und wenn Sie Fragen haben, rufen Sie einfach an. Ich bedanke mich und bis bald. Tschüss.